ESG Dedicated to Solutions Wir schaffen Lösungen. Als verlässlicher Partner für Hightech-Systemintegration, Consulting, Entwicklung und Betrieb komplexer Elektronik- und IT-Systeme schaffen wir die Grundlage für Ihren Erfolg. Wir, das sind weltweit mehr als 1500 Spezialisten, die an 30 Standorten mit Leidenschaft Elektronik-System und IT-Lösungen entwickeln, integrieren und betreiben und mit einzigartigem Technologie- und Prozess-Know-how und mit 50 Jahren Erfahrung Werte schaffen. Führende Automobil- und Luftfahrzeughersteller sowie Militär und Behörden, sie alle verlassen sich auf die Unternehmen der ESG-Gruppe. ESG Das Einsatzspektrum moderner Luftfahrzeuge und deren Missionserfolg werden entscheidend von leistungsfähigen Avionik-Systemen bestimmt. Als zugelassener luftfahrttechnischer Betrieb konzipieren, entwickeln und integrieren wir Systemlösungen und verantworten deren luftfahrtrechtliche Zulassung. ESG erhöhen die Effizienz und Einsatzsicherheit von Luftfahrzeugbesatzungen. Wir realisieren unsere Lösungen im ständigen Dialog mit künftigen Anwendern. Unsere Simulationssysteme sind durch ihre modulare Architektur flexibel, skalierbar und können schnell an neue Anforderungen angepasst werden. Vernetzte Simulation umfasst bei uns auch die Vernetzung von Simulatoren mit operationellen Systemen in einem gemeinsamen taktischen Szenario. Technisch-logistische Betreuung, Dokumentation und Obsoleszenzmanagement. In unserem Product Support Center sichern wir die kontinuierliche Einsatzfähigkeit der Missionsausrüstung in Luftfahrtsystemen. Kundenspezifisch und über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Von der Entwicklung maßgeschneiderte IT-Lösungen bis zur Gesamtsystemintegration. Wir bieten umfassende IT-Kompetenz. Die ESG ist etablierter IT-Partner für Kunden in den Bereichen Militär und öffentliche Sicherheit. Mit unserer Expertise in den Themen Aufklärung, Führung und Wirkung decken wir die gesamte Kette der vernetzten Operationsführung über alle Befehlsebenen ab. Unsere Lösungen verbinden Akteure und Systeme für Krisenmanagement und multinationale Einsätze. Als Logistikpartner sorgt die ESG dafür, dass Logistikprozesse intelligent gesteuert und umgesetzt werden. Mithilfe von Informationstechnik vernetzen wir die Akteure in der Logistikkette und optimieren Material- und Informationsflüsse. So sichern wir bei Materialbewirtschaftung, Ersatzteilversorgung, Baugruppensteuerung oder Instandhaltung den optimalen Einsatz von Ressourcen. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden mit Lösungen für Lifecycle-Management, technische Dokumentation, Arbeitssicherheit und Supply-Chain-Management. Auch im Umfeld der erneuerbaren Energien kann die ESG auf Basis ihrer einzigartigen Expertise Prozessverantwortung für maximale Verfügbarkeit und Effizienz der Anlagen ihrer Kunden übernehmen. In modernen Fahrzeugen basiert ein Großteil der Innovationen auf Elektronik und der zugehörigen Software. Und in vielen dieser Innovationen steckt ein Stück ESG. Wir integrieren komplexe Systeme zu einheitlichen Gesamtlösungen mit neuen Architekturen, Systemfunktionen und Komponenten. Wir gestalten Prozesse effizient, sorgen für reibungslose Abläufe, beherrschbare Komplexität und hohe Qualität in der Fahrzeugentwicklung. Die ESG verbindet ihre Entwicklungsleistungen mit innovativen Testmethoden. Mit eigenen Testanlagen sowie einem Diagnose-Center gewährleisten wir, dass die Elektronik im Fahrzeug störungsfrei funktioniert. Unsere modularen After-Sales-Lösungen unterstützen den Techniker bei Diagnose- und Serviceprozessen. Wir qualifizieren pro Jahr mehr als 25.000 Mitarbeiter der OEMs und deren Händler mit unseren führenden Trainings- und Coaching-Konzepten. Gemeinsam mit unseren Kunden stellen wir uns neuen technologischen Herausforderungen und unterstützen unsere Kunden in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Hochqualifizierte Teams arbeiten in den Feldern Alternative Antriebe, Energiemanagement und Hochvoltsicherheit. Smarte Systemlösungen und Services aus einer Hand. So bringen wir die Technologien von morgen auf die Straße. Mit unseren Beratungsleistungen schlagen wir die Brücke zwischen Strategie und Technologie. Professionell, innovativ, erfahren, kundenorientiert. Beraterpersönlichkeiten mit ausgewiesener Management- und Technologieexpertise sowie Innovationspartnerschaften charakterisieren uns. Der Einzelne sieht nur ein Stück der Welt. Gemeinsam sehen wir das Ganze. ESG – das sind 1500 Mitarbeiter der ESG-Gruppe. Mit Ingenieursgeist und Leidenschaft arbeiten wir an intelligenten Lösungen für Ihre technologiebetriebenen Fragestellungen. Sicher, mit nachgewiesener Expertise, kundennah, umsetzungsstark. Wir agieren als Teil Ihrer Wertschöpfungskette, damit Sie dauerhaft mehr Wert erzielen. Vor Ort, weltweit. ESG DEDICATED TO SOLUTIONS ESG Vielen Dank.